Können Sie sich für Distance Learning für alle Schülerinnen einsetzen? Monika 16. Könnte ich, schon möchte ich aber nicht. Dann legen wir mal los. Frage Nummer 1 wurde von der Salma gestellt und läutet, warum brauchen Polizisten und Polizistinnen in Wien eine Waffe? Das ist eine sehr süße Frage. Warum brauchen Polizistinnen und Polizisten in Wien eine Waffe? Wir alle würden uns wünschen, dass es in Wien und in Österreich keine Kriminellen gibt, dass es keine Gewalt gibt, dass es keine Verbrechen gibt und dass es deswegen gar nicht notwendig wäre, eine Polizei zu haben oder diese Gabe waffnen zu müssen. Leider zeigt allerdings auch die Realität, dass es in Wien viele Kriminelle gibt, dass es Menschen gibt, die andere Leute überfallen, die ihnen Schlechtes wollen, die ihnen Gewalt antun. Und dass es hier eine ordnende Kraft des Staates, in unserem Fall die Polizei geben muss, die sich diesen Kriminellen entgegenstellt und die dafür sorgt, dass der große Teil der Menschen, der friedlich ist, der anständig ist und der in Frieden zusammenleben möchte, auch beschützt wird vor eben jenigen wenigen Menschen, die das nicht wollen und die gewalttätig werden und die Gewalt ausüben. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass es eine starke und gute und vor allem auch gut ausgebildete Polizei gibt, die die Menschen, den Großteil, die vor Gewalt beschützt werden wollen, weil sie auch selbstfriedfertige Menschen sind, vor den wenigen beschützen, die gewalttätig werden und die Gewalt ausüben und die kriminell werden. Und in manchen Fällen ist es eben leider notwendig, dass dann auch Polizisten eine Waffe einsetzen müssen, um Menschen zu schützen. Ich bin froh, dass wir in Wien allerdings trotzdem eine Situation haben, dass das nicht sehr oft der Fall sein muss. Aber wenn es notwendig ist, dann ist es ganz wichtig, dass die Polizei gut ausgerüstet ist, erstens um sich selbst zu beschützen und zweitens um den Großteil der friedlichen Wienerinnen und Wiener auch vor den wenigen Kriminellen zu beschützen. Frage Nummer zwei kommt von der Alina, die 17 Jahre alt ist. Welche Aufgaben sind für Sie in den nächsten fünf Jahren besonders wichtig? Ich glaube, dass wir in einem sehr schwierigen Zeitpunkt gerade sind, aufgrund der ganzen Corona-Krise und aufgrund der ganzen vielen, vielen Maßnahmen, die von der Bundesregierung in den letzten Wochen und Monaten beschlossen wurden, unter der die Österreichischen und im Speziellen die Wiener Wirtschaft besonders leiden werden. Und das klingt so abstrakt, die Wirtschaft wird darunter leiden. Aber was heißt das im Genauen? Das heißt, dass es viele Menschen geben wird, die in Unternehmen arbeiten, die es nicht so leicht haben werden, auch noch in einem Jahr zu existieren, weil sie unter großen Belastungen leiden, weil sie darunter leiden, dass es immer mehr Gebühren gibt, immer mehr Abgang gibt, immer mehr Steuern gibt und gleichzeitig auch aufgrund der Corona-Krise immer weniger Menschen zu ihnen einkaufen kommen, ihre Produkte bestellen und ihre Dienstleistungen brauchen. Das heißt, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für mich als Politiker hier im Wiener Rathaus wird sein, dafür zu sorgen, dass die Politik die bestmöglichen Rahmenbedingungen schafft, dass es in Wien möglichst viele Arbeitsplätze gibt, dass wir möglichst wirtschaftsfreundlich sind und dass möglichst wenig Menschen arbeitslos werden und möglichst viele Menschen, die bereits arbeitslos sind, auch wieder in Arbeit kommen, damit wir die Armut reduzieren können, damit wir dafür sorgen können, dass in Wien jeder ein gutes Auskommen hat und wir nicht die Situation haben, dass es noch mehr Arbeitslose gibt und noch mehr Menschen davon abhängig sind, dass sie Sozial- und Transferleistungen vom Staat bekommen. Ein weiterer Punkt, der für mich wichtig ist, über den wir vorher schon kurz gesprochen haben, ist das Thema Sicherheit. Wir müssen Wien zu einer noch sicheren Stadt machen, wo auch alle Frauen keine Angst haben, müssen sich in der Nacht in Wien an gewissen Bereichen, vielleicht wie den Praterstern oder anderen Hotspots, frei bewegen zu können. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Integrationspolitik in Wien besser funktioniert und wir allen Leuten, die nach Wien kommen, klar kommunizieren, dass wenn man nach Wien kommt, man sich anpassen muss, man deutsch scheinen muss und man fleißig arbeiten muss. Da gibt es auch viel zu tun. Aber auch im Jugend- und Bildungsbereich halte ich es persönlich für ganz wichtig, dass wir hier noch mehr für junge Menschen tun. Es ist erschreckend und traurig, dass wir jetzt bei einer rot-grünen Stadtregierung in Wien, die mit Abstand höchste Jugendarbeitslosigkeit nicht nur aller Zeiten haben, sondern auch im Bundesländervergleich die meisten jungen Menschen haben, die in Wien keinen Job haben. Hier müssen wir schauen, dass wir die Lehrlingsausbildungen verbessern, dass wir auch mehr in die Schulen und mehr in die Bildung investieren und dass junge Menschen hier in Wien auch wieder echte Jobperspektiven haben und in Zukunft am Arbeitsmarkt auch wieder einen Platz finden können und nicht in die Arbeitslosigkeit gedrängt werden. Und wir natürlich auch am Wohnungsmarkt mehr tun müssen, damit Wohnungen sowohl für Jungfamilien, aber auch für junge Menschen, die vielleicht einmal eine erste eigene Wohnung beziehen wollen, wieder leistbarer und günstiger werden. Das sind Herausforderungen für die Wiener Politik, wo ich mich ganz besonders einbringen möchte. Die nächste Frage kommt von Niki und Hannes, beide 16. Finden Sie die Corona-Ampel, so wie sie ist, gut oder würden Sie sie ändern? Ich glaube, dass wir in dieser ganzen Corona-Krise im letzten halben Jahr ein großes Problem haben, und zwar, dass die Bundesregierung viel versprochen hat, viel angekündigt hat, aber wenig tatsächlich gehalten hat. Sie haben versprochen, dass sie viel helfen werden, dass sie genügend helfen werden und dass sie schnell helfen werden. Und nichts davon ist eingetroffen. Und mittlerweile haben wir die Situation, dass wir in Wien und in Österreich eine Million Menschen haben, die entweder arbeitslos sind oder in Kurzarbeit sind. Und das ist eine katastrophale Statistik und es sind katastrophale Zahlen, weil es zeigt, dass die falschen Maßnahmen gesetzt wurden. Und hier wäre mein Anspruch an die Bundesregierung, aber auch an die Wiener Stadtregierung, dass man endlich mehr Geld in die Hand nehmen müsste, dass man den Unternehmen direkt helfen müsste, damit die Menschen und die Angestellten nicht arbeitslos werden. Und dass natürlich hier eine andere Anreizpolitik gelebt werden müsste. Stichwort Corona-Ampel. Nein, die Corona-Ampel hat nichts Gutes gebracht. Sie hat für noch mehr Chaos gesorgt. Sie hat nicht nur keine gesetzliche Grundlage gehabt. Das heißt, sie ist eigentlich gar kein Gesetz, sie ist nicht bindend, sondern es hat sich auch niemand ausgekannt, weil man seitens der Bundesregierung, seitens des Herrn Kurz von der ÖVP und des Herrn Anschober von den Grünen und den Herrn Koglers nicht klar und nicht gut kommuniziert hat. Niemand weiß genau, was das bedeutet, wenn sie auf orange schaltet, wenn sie auf gelb schaltet. Es wird hin und her geschalten. Am Ende hat es jetzt auch noch eine zweite Ampel für die Schulen gegeben. Damit ist die Verwirrung komplett geworden, sondern wir bräuchten hier keine Ampeln, wo sich niemand auskennt, sondern wir bräuchten eine klar funktionierende Kommunikation seitens der Bundesregierung. Und wir bräuchten eine Situation, in der keine Panik verbreitet wird, sondern wo von der Regierung Ruhe und Hilfe ausgestrahlt wird. Das wäre wichtig. Corona ist eine Krankheit, die für manche Menschen gefährlich und schlimm ist, keine Frage. Aber wir brauchen keine Panikmache. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Und wir müssen wegkommen von einem strafenden Staat hin zu einem Staat, der die Wirtschaft wieder entfesselt und der die Menschen Perspektiven auch für eine Nach-Corona-Zeit aufzeigt. Nächste Frage. Können Sie sich dafür einsetzen, dass es mehr Sportgeräte in Wiener Parks gibt? Ibrahim 16. Ja, natürlich. Ich glaube, Parks in Wien sind ganz wichtig, sind ein wichtiger Grünraum. Und es ist wichtig, dass man die Parks auch besser ausstattet, dass man in Zukunft noch mehr schaut, dass man dort Sportgeräte anschafft, dass man vielleicht auch Betreuungen noch besser sicherstellt und dass man hier finanzielle Ressourcen auch locker macht und für Jugendliche, die ihre Freizeit in Wiener Parks verbringen, die dort ihre Zeit verbringen wollen, natürlich die bestmöglichen Voraussetzungen schafft. Auch hier wieder ein großes Thema, das Thema Sicherheit in Parks. Oftmals gibt es Beschwerden, dass es da Jugendbanden gibt und dass sich viele Kinder und Jugendliche deswegen in manche Parkanlagen nicht trauen und dass es dort zu unangenehmen Situationen kommt. Das heißt, auch hier wieder Thema Sicherheit in Parkanlagen ganz wichtig, mehr Geld investieren in Parkanlagen ganz wichtig und dafür sorgen, dass man dort als Kind und als Jugendlicher eine gute Zeit verbringen kann. Nächste Frage. Können Sie sich für Distance Learning für alle Schülerinnen einsetzen? Monika 16. Könnte ich schon, möchte ich aber nicht. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler, dass junge Menschen in der Schule aufeinandertreffen, dass man einen geregelten, normalen Schulablauf hat, dass man auch das soziale Miteinander in der Schule lernt und nicht nur von zu Hause die Inhalte oftmals gar nicht so gut mitbekommt, wie man sie tatsächlich in der Schule mitbekommen könnte. Distance Learning ist für mich für absolute Notsituationen, wo man sich nicht darauf einstellen konnte, wie beispielsweise Anfang des Jahres, im März, eine Ausweichmöglichkeit und eine Ausweichnotfalloption. Die Praxis sollte es allerdings nicht sein. Die Praxis sollte sein, dass unsere Schulen ganz normal funktionieren, dass wir einen normalen, geregelten Schulablauf haben, dass die Schülerinnen und Schüler in der Schule aufeinandertreffen, auch ein gemeinsames Sozialleben haben, Freundschaften, die sich in der Schule schließen, Freundschaften, die in der Schule existieren, auch gepflegt werden können und wir nicht alle nur zu Hause den ganzen Tag vor unseren Computern sitzen und dort die Freizeit verbringen, dann auch noch lernen und den Schulunterricht dort durchführen, sondern ich glaube, es braucht modernere Schulen, ja, es braucht besser ausgestattete Schulen, ja, aber es braucht auch dazu einen ganz normalen Regelschulbetrieb, von dem ja auch sehr viele Eltern abhängig sind, die nicht ihre Kinder den ganzen Tag beaufsichtigen können zu Hause. Frage Nummer 11, was tun Sie, damit die Außenbezirke besser ans Zentrum angeboten werden? Von der Viktoria 18, Caroline 16 und Lena 16. Wichtiges Thema, öffentlicher Verkehr. Ich würde es für ganz, ganz wichtig halten, dass wir den öffentlichen Verkehr noch weiter ausbauen. Es gibt im innerstädtischen Bereich viele Angebote, aber im außerstädtischen Bereich und in den Randbezirken viel zu wenig und die rot-grüne Stadtregierung viel angekündigt, aber leider zu wenig gehalten in den letzten Jahren. Wir haben zum Beispiel einen FPÖ-Bezirksvorsteher im 11. Bezirk, den Pauli Stadler. Der hat sich ganz massiv dafür eingesetzt, dass die U3 weiter ausgebaut wird, dass sie bis nach Schwächert geführt wird und dass wir so auch den Verkehr in Wien entlasten können und Menschen besser die U-Bahn nutzen können. Ich würde es für wichtig halten, dass man auch im Norden von Wien und in Transtanubien die Bezirke 21 und 22 stärker den Verkehr ausbaut und den öffentlichen Verkehr ausbaut und miteinander vernetzt und auch in die Stadt hinein vernetzt. Das heißt ja, öffentlicher Verkehr ein wichtiges Thema, ein wichtiges Thema, wo man die Verkehrsteilnehmer nicht gegeneinander ausspielen darf, das ist mir ganz wichtig. Niemand ist nur Fahrradfahrer oder nur Fußgänger oder nur Autofahrer. Fast jeder benutzt alle Verkehrsmittel gerne, dann, wenn er sie eben benötigt. Und hier müssen wir zu einem guten Miteinander kommen und in den öffentlichen Verkehr noch mehr Geld investieren. Das heißt ja, öffentlicher Verkehr ist es wichtig zu ergrem sehr wichtig. Und hier müssen wir auf der Vollzeit werden. Outro